Hallo und herzlich Willkommen zurück zu... ...Enteral Wir sind hier in der Boa. Guck mal, wo wir hier als nächstes sind. Stimmt, ich wollte doch hier zur Wüste. Wir sollten doch zur Wüste, genau. Es ist dann immer noch besser, den Weg entlang zu gehen. Tun wir es einfach. Und der Weg führt ins Nichts. Ist das ein Hirsch denn? Ja, ne? Hirsch im Wasser, okay. KI, die logisch ist wie Sau. Dann ziehe ich einen Haufen Feuertronnarchen und irgendwas mit Eis. Da liegt was drin, ne? Ne, doch nicht. Nur Müll. Alter! Ich habe gerade das Gesicht da gesehen. Und ich sehe noch was anderes. Oh, ich habe keine Regener an. Okay. Okay. Alter funktioniert. Ich mache mal Regener an, nur... ...für vorsichtshalber. Hey, cool. Einfach Lehrbuch. Ich glaube, es ist sogar ein gutes, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Geil. Einfach so zack. Ah, okay. So was. Hm, 80 Groschen. Gut, danke. Cool. Dann habe ich hier wieder einen Punkt. War das sowas, ne? Ja. Einfach mal so ein Buch gefunden. Das habe ich auch noch nicht. Das ist glaube ich das erste. Täubungstieb. Ich wollte ja hier mehr auf Magica gehen. Was ist das? Oder sowas zumindest? Hm. Nein. Was habe ich da gerade genommen? Ist gar nicht so schlecht. Mehr Schaden für Bögen ist okay. Das war ein Reflex. Ich dachte, das habe ich schon voll. Dann muss ich mal wieder den 14er Ballon aktivieren. Aber das ist wichtig. Nicht ganz so wichtig wie alles andere, aber schon wichtig, wenn es harte Gegner kommen oder so. Die tun da nicht mehr ganz so weh. Die tun da nicht mehr ganz so weh. Bei mir schreit Ich mittags auf 2. Doch nahe das Zwielicht habe ich wieder 3. Die Haut rau wie Stoff der Körper zu klein. und trotz meiner Augen musste ich stets blind sein. Bringt mir mein Herz zurück. Bringt mir mein Herz zurück. Umdrehen und gehen. Wo immer es hin ist, ich weiß es nicht, wo es ist. Bringt. Können wir mal Ultraschaden ausprobieren. Oh, komm. Oh, ihr seid unfaire Viecher. Wo ist denn andere? Hab ich weitergewischt? Nee. Hey, du solltest eigentlich sterben. War da mehr oder war da nur einer? Oder die, die ich jetzt gerade umgebracht habe. Das waren wahrscheinlich die einzigen. Wir sind richtig stark geworden in der letzten Zeit. Hat er gerade auf mich gezeigt? Oh. Ich glaube, der hat gerade auf mich gezeigt. Die Truhe ist mal nicht verschlossen. Das waren aber, glaube ich, auch keine Bosse oder so. Ein magischer Schild. Rang 4. Warte mal, ich glaube, das ist nicht schlecht. Ah, ich habe doch sowas schon, ne? Äh, wo war denn das? Sag ich so mal hier. Der magischer Schild. Ja, ich habe schon... Habe ich nicht sowas schon? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Spiel? Der Telegnese werde ich nie mehr benutzen. Heldenshaft. Dann lieber so andere. Das ist ein Expertenzauber. Aber magischer Schild ist gar nicht mal so übel. Götterschild. Das war es genau. Geselle. Rang 3. 1,5,1. 300 Sekunden. Ja, das Götterschild ist besser, genau. Das Götterschild habe ich ja die ganze Zeit an. Das können wir übrigens auch gerade mal zaubern. Wenn ich die Zauber finde. Da. Das war... Fels in der Pannung. Das ist das Götterschild. So. Magiker generiert sich nämlich dann in dem Fall hoch und ich habe mehr Rüstung. Das ist ein schöner Buff, der auf 300 Sekunden, das sind zwei Minuten, die heilen auch lange dann. Zumindest in dem Fall, wo wir jetzt lang gehen. Ich gehe jetzt bewusst an solchen Sachen vorbei, wie Höhlen und so. Nur die, die jetzt wirklich in unmittelbarer Nähe sind, die nehme ich jetzt auch mit. Weil das andere macht eigentlich gar keinen Sinn. Jetzt habe ich irgendwelche... Irgendeine andere Quest gekriegt, von der ich gerade keine Ahnung habe. Hm. Gräberpfade entdeckt. Stürbast, stirbast, 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 stirbast. Die Wurzelhalle. Hmhm. Düdüdüm. Lade, lade. Die Ladezonen sind manchmal kurz, manchmal lang. Man weiß es nicht. Benötigt einen Schlüssel. fulfilling. Binge, 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 binge. Ich glaube man könnte auf Magica gehen, ne? Das ist ja gar nicht so verkehrt denke ich. Kann man ja immer mitnehmen. Und jetzt habe ich ja noch einen Punkt. Schädel mal voll in die Schädel... Schädel mal voll in die Schädel auch. Ich nicht spreche meine Sprache. Ich halte nicht so viel von Zaubern in dem Sinne. Dann nehme ich doch lieber hier und gucke. Ich glaube ich wollte zu mental, ne? Ich kann ja mal gucken was für ein Zauber das ist. Das ist ein... Das steht da gar nicht. Steh das nicht normalerweise bei? Ah ok, da oben kann ich das sehen. Das ist ein Mentalzauber. Was ist noch interessant? Feuer. Ist auch ein Element... Was steht denn da? Elementar, ne? Ja. Und das ist Mental... Mentalismus, ok. Tiere sind... Glaube ich auch... Mental... Ne. Hallo, ich klicke da doch drauf. Mach das doch. Entropie, ok. Entropie... Entropie habe ich glaube ich schon. Ne. Was hier? Ah ja. Ok, ist das Pet beschwören oder Schild? Schild und Feuer wäre dann halt hier. Ne, ist ja kein Elementar. Das ist ein super... Strang hier für einen Kampfmagier. Aber ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, brauche ich den Rest eigentlich gar nicht. Na gut. Klingt automatisch sehenvoll, der klingt auch gut. Ich glaube, ich würde mal da hin, damit das halt diesen Bonus gibt. Dann gibt es hier nochmal... mehr... Joa, ich gehe dann halt meinen Dimensionsriss... Ich muss ja nichts zwangsweise das eine jetzt weiter hochleveln. Kannst ja einfach so überspringen. So, und wieder fällt es in der Brandung. Oben rechts ist die Rüstung, ne. Der Rüstungs-Buff. Der hält also noch. Der hält also noch. Boah. Leorik. 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 Ein Diener der alten Völker. Der Ischian. Ischian. Okay. Ich bin der letzte Spross der Ostens. Und der letzte meiner Art. Die Einsamkeit in diesen Hallen lastet schwer auf mir. Denn in diesen Hallen kommt keiner mehr. Die Toten zu bewachen ist meine Aufgabe. Doch solange ich bin, bleiben sie still und stumm. Und niemand ist da, um zu mir zu sprechen. Ich warte. Warte darauf, dass die alten Völker zurückkehren. Noch spüre ich ihren Hall. Doch wenn ich gehen darf, nach den tausenden Jahren, tausenden kleinen, dann ist ihren Hall verklungen und ich bin erlöst. Wenn ich erlöst bin, wandeln die Toten wieder aus dem Verreden ihres Schlafes geweckt. Denn mit dem verloschenen Hall wird auch die Trauer um sie vergangen sein. Die Jahre zehren an mein Knochen. Bald. Bald ist es soweit. Das brauchen wir nicht, Männer.